Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Upload-Plan. Diese Woche sieht das Ganze wie folgt aus. Um 16 Uhr gibt es außer Montags Mulanias Resort. Am Dienstag um 14 Uhr, Donnerstag 14 Uhr, Samstag 14 Uhr gibt es Clouds and Sheep 2. Am Mittwoch um 14 Uhr ein Minecraft Mini. Am Freitag um 14 Uhr ein Minecraft Resource Pack. Und am Sonntag um 14 Uhr gibt es wieder ein Minecraft Tiny Home. Um 18 Uhr am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag gibt es Zoo Constructor. Und am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 18 Uhr gibt es einen Part A Keeps Hake. Auf unserem Zweitkanal gibt es diese Woche Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags um 15 Uhr The Raven. Dann am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 15 Uhr Kingdom Come. Um 17 Uhr gibt es dann am Dienstag, Donnerstag und Samstag The Surge. Das war's dann auch schon wieder vom Upload-Plan für diese Woche. Also dann, ähm, ciao, ciao.